So, ein Trick in Fútball ist, wenn man einen Spieler tunnen kann. Dann kann man mit dem Ball gehen, bis der nächste Defender kommt. Und dann kann man seine Leger sehen. Denn in den letzten Momenten wird der Defender geschlossen. Denn er ist auch Angst, dass er tunnen kann. So machen wir einige Bewegungen. Und in den letzten Momenten wird der Defender einfach zu einer Seite. Einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott.